Ja, liebe Naturfreunde, und wie immer, ein wunderschöner Tag. In der Natur geht wieder zu Ende. Wir wollten Hirsche sehen, Drehe, Pilzschweine, die Natur genießen. Und was haben wir gesehen? Ein Stück weit, weites Mecklenburg. Ein wunderschönes Stück Deutschland. Einfach nur herrlich. Es ist eine wirkliche Freude, das wieder einmal sehen zu dürfen, sehen zu können. Eine große Bevorzugung. Was jetzt so laut ist, das ist die Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin. Und ja, sie schützt auch diesen Platz hier. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, wir werden wiederkommen. Das ist gewiss. Das ist sehr gewiss. Wunderschön hier. In Wahrheit sehr ruhig. Wahrscheinlich auch ein fantastischer Platz für die Astrofotografie. Hier ist kaum ein Dorf drumherum. Nur Wald und Wiesen, Weiden. Einfach nur schön. Herrlich. In diesem Sinne wünsche ich noch einen zauberhaften Tag. Man kann mich jetzt nicht sehen, aber trotzdem Tag zusammen. Bis zum nächsten Mal.